Ich hätte dich gestern aus den Stiefeln pusten können. Wieso hast du es nicht getan? Du hast doch selbst gesagt, ich wäre eine dumme Sau. Dieser grandiose Western besticht durch seine verblüffende Handlung. In einer einmaligen Besetzung sehen sie Dean Martin und Rock Hudson in Die Geier warten schon. Stehenbleiben, Billy! Billy, die nächste jage ich dir in die Rübe. Wirf die Flinte ins Wasser. Den Revolver auch. Und jetzt den Revolver. Der hat eine ganze Stange Geld gekostet, Mensch. Den kriege ich nie wieder hin, wenn der nass ist. Rock Hudson als Chuck Jarvis, Dean Martin als Billy Messy. Zwei Männer, die das Schicksal immer wieder zusammenwürfelt, als Feinde, als Freunde und Rivalen, während sie sich durch den Westen prügeln. Billy ist ein liebenswerter Windhund, der alles mit der gleichen Schnoddrigkeit tut. Aber man kann auch Angst vor ihm haben. Und so geht es den Neuesten. Wenn auch nicht allen. Was soll das denn werden? Eine Spezialleitung für Billy. Eine Mischung aus Glassplittern und Schrott. Sein Geil kann doch nicht fliegen. Keine Angst, Kipsen, du wirst ja nicht gebraten. Sheriff, Sie brauchen uns bloß Billy herzuschicken, aber vergessen Sie nicht, ihm seine Satteltaschen mitzugeben. Sie können wieder nach Campress zurückreiten. Es riecht zwar etwas brenzlig hier unten, aber sonst ist es ganz schön hier. Ich fühle mich sauwohl. Los, fang dann zu schießen. Das Schicksal machte sie zu Gegnern. Aber bei ihrem letzten Kampf standen sie Rücken an Rücken, wie unzertrennliche Freunde, die sie im Grunde immer geblieben waren. Hol dir deine Scheinchen, du Armleuchter! Billy!